Hi, schön dass du da bist. Ich zeige dir heute wie du Ethereum Mining betreiben kannst. Das Ganze ist relativ leicht. Ich zeige dir Schritt für Schritt einfach und schnell und alle meine Tricks die ich jetzt hier gelernt habe in diesem Video. Und du kannst es natürlich easy nachmachen. Das einzige was du brauchst ist eine halbwegs gute Grafikkarte. Also wenn du Gamer bist, easy game. Und dann einfach das Video nachmachen und schon kannst du Geld verdienen. Du siehst hier am Tag 2,70 bei mir momentan. Und ja hier an der Seite läuft der Miner auch schon. Das kannst du jetzt die ganze Zeit durchlaufen lassen. Das ist natürlich auch schon der Preis den ich gerade verdiene abzüglich der Stromkosten. Also wenn du Bock drauf hast auch zu meinen Ethereum vor allem. Also dieses Video geht über Ethereum Mining. Dann bleib dran. Ich wünsche dir mega viel Spaß und let's go. Okay um deine gemeinten Ethereums auf einer Wallet zu speichern, also einem Geldbeutel sozusagen und dann eventuell später in Euro umzuwandeln, brauchst du natürlich erstmal einen Geldbeutel oder eine Wallet. Und die erstellen wir jetzt erstmal. Und die erstellen wir auf Bios. Und ja warum Bios. Ganz einfach weil Bios hat ein Pool und mit dem Pool müssen wir später weiter arbeiten. Also hier kann dann unser Computer minen auf diesem Pool. Und wenn Wallet und Pool gemeinsam ist, haben wir weniger Gebühren, sprich mehr Profit. Deswegen hier ist meiner Meinung nach das Beste, was ich jetzt gefunden habe. Und ja wir müssen uns hier erstmal registrieren. Klicken natürlich auf registrieren erstmal. Und ja dann brauchen wir, genau du gibst jetzt hier einfach deine E-Mail und dein beliebiges Passwort ein und ich gebe dir noch einen Link zu dieser Seite. Dann kriegst du nochmal extra ein Guthaben für das, dass du dich einfach über den Link registriert hast. Ist unten im Video. Gut, jetzt musst du schnell bestätigen, dass du ein Mensch bist und du ziehst hier einfach dieses Puzzle in das Puzzle. Genau. Also in die Puzzle Öffnung. Dann kriegst du eine E-Mail Bestätigung. Hier öffnest du dein E-Mail Account und gibst den Code ein, der in der E-Mail steht. Gut, wenn du den Login dann abgeschlossen hast und die Registrierung natürlich auch, dann sieht das hier so aus wie bei mir. Und ja, das war es hier jetzt auch erstmal. Jetzt brauchen wir den Pool Account. Den erstellen wir uns jetzt gleich im Anschluss. Dafür gehen wir auf poolbinance.com. Also der Link dazu kommt natürlich auch in die Beschreibung. Einfach draufklicken, dann hast du es leicht. Da musst du nicht extra viel tippen. Und ja, wir klicken jetzt hier auf Mining Konto erstellen. Und wir müssen natürlich unserem Konto noch einen Namen geben. Das nennen wir jetzt LH CyberSec. Und hier haben wir noch eine Anmerkung. Video. Genau. Dann können wir hier auf erstellen klicken. Und dann geht es auch schon los. Wir haben jetzt hier unseren Pool. Den müssen wir später in unserem Awesome Miner eintragen. Und dann können wir auch schon minen. Okay, als nächstes brauchen wir unseren Awesome Miner. Also die Software, mit der wir dann minen können. Und ja, ich habe die Seite schon für dich aufgerufen. Hier einfach downloaden. Link kommt natürlich wieder unter das Video. Einfach draufklicken. Selbe machen wie ich. Und falls du dich fragst, wieso das hier gerade ein bisschen so komisch ausschaut. Ich bin über das Internet mit meinem Windows PC verbunden. Also ist die Grafik ein bisschen bedürftig. Gut. Einfach hier Download klicken. Und hier wählen wir jetzt eben Awesome Miner Installer aus. Dann zeigt der PC natürlich wieder Virus. Das kommt davon, dass viele Viren Miner eingebaut haben. Also kurz gesagt, Viren verwenden ab und zu Miner. Und deswegen ist hier der Viren Scanner ein bisschen vorsichtig. Und schlägt lieber mal Alarm. Deswegen machen wir jetzt, bevor wir hier weitere Probleme haben, tun wir unseren Viren Scanner deaktivieren. Bis zum nächsten Neustart zumindest. Oder ihr solltet am besten dann eine Ausnahme hinzufügen. Weil sonst kann es passieren, dass er euch das nach dem Neustart wieder löscht. Hier jetzt einfach auf Fortsetzen klicken. Und dann wird der Spaß auch schon runtergeladen. Also keine Sorge, das ist kein Virus. Und ja. Dann einmal draufklicken. Dann öffnet sich der Installer. Das können wir jetzt hier wieder minimieren. Das hier ist mir egal. Und dann klicken wir jetzt hier einfach auf Accept. Und ja. Installieren es auf C oder wo er halt Platz hat. Genau. Das dauert kurz. Dann hier einmal hier abklicken. Und dann wird das Ganze auch schon installiert. Dann klicken wir auf Launch. Außen meiner. Wählen unsere Sprache aus. Gut. Es gibt nur Englisch. Wenn ihr kein Englisch könnt, klickt einfach genau das, was ich klicke. Und ja. Wir haben das Ganze hier jetzt schon. Klicken hier den Wizard weg. Und dann sind wir auch hier schon. Dann klicken wir auf Add New Pool. Und geben jetzt unseren Link ein, den wir vorher schon gesehen haben. Ich öffne schnell die Seite. Okay. Wir sind jetzt hier auf der Seite wieder. Natürlich, ihr müsst jetzt hier eingeloggt sein. Und ihr müsst hier euch diesen Namen, den ihr gegeben habt, merken oder hier nachschauen. Wir wollen natürlich Ethereum minen. Deswegen klicken wir hier auf Ethereum. Also hier seht ihr an dem Logo. Da klicken wir drauf. Und dann zeigt er uns hier auch den URL an. Also den Link. Und da klicken wir hier jetzt einfach auf Kopieren. Oder kopieren uns das hier manuell. Also hier einfach so. Klickt einfach auf die zwei Kästchen. Das geht wesentlich leichter. Und minimiert euren Browser. Und fügt das hier bei URL Connections ein. Hier Description nennen wir ETH. Muss jetzt nicht sein. Und jetzt müssen wir hier den Worker Name eingeben. Der Worker Name ist jetzt hier. Der hier oben, wo ich gerade gesagt habe, sollt ihr euch merken. Also bei mir ist es jetzt LH CyberSec. Das gibt ihr hier ein. Passwort braucht ihr keins. Und optional könnt ihr eben jetzt hier noch ETH eingeben. Der Rest ist aber egal. Dann klicken wir hier auf OK. Und jetzt haben wir hier unser Pool hinzugefügt. Jetzt klicken wir auf New Miner. Und klicken wir hier mit Next einfach weiter. Klicken wir hier auf Managed Miner. Geben dem Namen ETH wieder. Local Managed. Passt. Wählen den Algorithmus aus. By Coin. Und wählen jetzt hier Ethereum aus. Dann haben wir hier den Phoenix Miner. Und das ist optimal. Das ist der beste Miner momentan für Ethereum. Und dann passt das Ganze hier. Und dann einfach auf Next. Ja, hier passt. Einfach auch wieder auf Finish. Und jetzt haben wir hier den Miner. Gut. Dann können wir jetzt hier einfach auf Start klicken. Und er startet jetzt hier unser Mining. Das war es auch schon. Wir sehen jetzt hier. Er tut das Ganze gerade initialisieren. Tut noch nichts meinen. Und nachdem er das initialisiert hat. Fängt er dann an zu minen. Okay. Wir sehen jetzt hier. Er hat alles initialisiert. Hier an der Seite kann man das ein bisschen nachverfolgen. Und ja, wir sehen hier 19,9 Megahashes. Ich habe eine GTX 1060. Und ja, ich finde das extrem akzeptabel. Denn wir verdienen hier 3,28 Dollar am Tag. Das wäre im Monat ein Hunni. Also 100 Euro. Jetzt können wir das Ganze noch ausrechnen minus dem Strom. Also wie viel wirklich dabei rauskommt. Und dafür klicken wir hier oben auf Options. Und gehen hier auf Profability. Hier können wir jetzt Euro eingeben. Dann sehen wir es besser. Und hier unseren Strompreis. Electricity. Hier, der ist bei mir jetzt ungefähr 0,24 Euro. Und jetzt können wir hier noch Additional machen. Sagen wir 5 Watt braucht noch mein Motherboard. Also alles außerhalb der GPU. Genau. Dann können wir jetzt hier das Ganze wieder schließen. Oder hier mit OK bestätigen. Dann ist es gespeichert. Und jetzt sehen wir hier abzüglich der Stromkosten, wie viel wir verdienen am Tag. Das wären 2,71 Euro. Wären im Monat 65 Euro. Das bekommen wir dann auf unser Wallet, auf unser Konto. Und ja, es macht auf jeden Fall Sinn bei mir mit einer GTX 1060. Ich lasse das jetzt hier einfach noch ein bisschen laufen. Und wenn du jetzt hier überprüfen willst, ob dein Miner arbeitet, dann kannst du hier auf Statistiken gehen bei deinem Pool. Und siehst hier ein Worker aktiv und wie viel er schon gemeint hat. Hier ist noch eine Statistik. Wenn das jetzt bei dir nicht direkt kommt, warte einfach 10 Minuten, 15 Minuten. Lass sie ein bisschen arbeiten. Hier also den Awesome Miner. Und dann wird die Statistik erst aktualisiert. Also keine Sorge. Genau. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich freue mich mega, wenn du jetzt auch zum Minen starten kannst. Und ja, ich wünsche dir wie immer Happy Mining. Einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Peace.